In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, will Jonas niemandem zur Last fallen. Nachdem es über längere Zeit vergleichsweise ruhig um Jonas in der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, war, nahm seine Geschichte auf dem Kollekiez zuletzt rasant an Fahrt auf. Doch auf den Höhenflug folgt der Fall, und das leider im wahrsten Sinne des Wortes. Jonas startet durch, nach der Liebespleite mit Johanna ist Jonas endlich wieder auf dem aufsteigenden Ast. In Johanna hat er inzwischen eine gute Freundin gefunden, die sich mit ihm über den Erfolg freut, der sich einstellt. Bei WL ist er in das prestigeträchtige, Lost Places, Projekt involviert, und John ist mehr als zufrieden mit der B4 Schafparty. Die Jonas, Moritz und Luis im Mauerwerk auf die Beine gestellt haben. Auch in der Liebe läuft es endlich, und dann kommt der Sturz. Wie wir euch bereits berichtet haben, fällt Jonas in der alten Filmfabrik von einer Erhöhung und muss im Krankenhaus notoperiert werden. Zwar erwacht er wieder aus dem Koma, doch Philipp schließt nicht aus, dass der DJ nie wieder laufen kann. Jonas will nicht zur Last werden, und Luis macht sich Vorwürfe. Ihm war nämlich aufgefallen, dass die Konstruktion nicht sicher ist. Allerdings beharrte er beim Location-Betreiber nicht auf eine sofortige Reparatur. Doch nicht nur Luis macht sich Gedanken. Für Jonas ist es sehr schlimm zu merken, wie Freunde und Familie beim Umgang mit ihm überfordert sind. Er will sich nicht wie eine Last fühlen. Wird er dieses Dilemma lösen? GZSZ-Star Felix van Deventer stürzte 2019 vom Balkon. Übrigens ist der Handlungsstrang nicht weit vom Leben Felix van Deventers entfernt. 2019 stürzte er von einem Balkon im zweiten Stock, als er versuchte über diesen in seine Wohnung zu gelangen, aus der er sich ausgesperrt hatte. Ich habe aber nicht darüber nachgedacht, dass es an dem Tag so heiß war und ich mich an den Stangen nicht richtig festhalten konnte. Irgendwann hatte ich keine Kraft mehr, erinnerte er sich zwei Jahre später in einem Interview mit dem Stern. Der Schauspieler fiel auf den Steinboden der Terrasse unter ihm. Wie ihm der behandelnde Arzt mitteilte, hätte sie eine Wirbelsäule bei dem Sturz leicht Schaden nehmen können. Nach dem Unfall war er für fast drei Wochen an den Rollstuhl gefesselt, nach drei Monaten Physiotherapie war zum Glück wieder alles gut. Deventer gesterniserender der Terrasse, nach drei Tagen trifft ist die Freirit사가 von der Anleitungen vom Bergstuhl gefesselt. Untertitelung des ZDF, 2020